Servus Peter, ich würde dich ja gerne sehen, aber es ist nicht möglich. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, dass mich eine Kamera sieht. Also insofern, es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass es dennoch ein Videopodcast wird. Ja, aber wir sehen uns ja trotzdem nicht. Ja, stimmt, das ist echt traurig. Aber so ist es manchmal. So ist es manchmal. Erzähl, wo du bist. Ja, tatsächlich hunderte Kilometer entfernt im fernen Innsbruck. Ja, warum könnte ich im Innsbruck sein? Ja, genau, ich war tatsächlich bei dem Fußballspiel, das in Innsbruck stattgefunden hat. Bei der WSG Tirol, ja. Sehr schön. Ich war tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben im Tivoli-Stadion. Ich war dort echt noch nie, warst du dort schon mal. Ja, ja, du hast noch nie, auch nicht bei der WACA Innsbruck? Nein, völlig irre, oder? Also das war jetzt echt ein weißer Fleck noch auf meiner Landkarte. Wobei ich muss sagen, also noch weiter westlich war ich ahne, die waren nie in Bregenz oder Lustenau. Oder Altdach, Altdach habe ich zumindest mal das Stadion von außen gesehen. Okay, das Tivoli-Stadion ich von außen auch schon gesehen habe. Ich war noch nicht drinnen, das habe ich gestern nachgeholt. Und war ja eh eine gute Idee, dort zu sein. Wobei es jetzt im Vergleich zum Beispiel zu meiner letzten DBLDW-Auswärtsfahrt nichts so einschneidendes passiert ist wie VRR-Themen. Ja, sei froh, sei froh. War doch echt eine ruhigere Partie von den ganzen Sonntagspartien. Aber immerhin bei deiner WSG. Sehr schön. Ja, wundervoll. Ich war tatsächlich am Freitag Stargast im Pausenprogramm der Generalversammlung von der WSG. Ich wollte es im Vorhinein nicht ankündigen. Nein, war ich natürlich nicht. Aber ich habe tatsächlich erst im Nachhinein erfahren, dass am Freitag die Generalversammlung war. Und wo ja Diana Langes für die nächsten drei Jahre als Präsidentin der WSG bestätigt wurde. Wie viele Leute waren anwesend? Ich war ja nicht dort. Du warst ja erfragt oder so. Nein, tatsächlich. Ich habe es tatsächlich erst so spät erfahren, dass ich mit keinem Verantwortlichen der WSG dann mehr Kontakt hatte. Und dementsprechend weiß ich es leider gar nicht. Ich muss es ganz offen sagen, ich weiß es nicht, wie viele Menschen da kommen. Ich weiß nur, dass im Stadion um Mitgliedschaften geworben wird. Also das ist zumindest interessant gewesen. Ich hätte übrigens gleich ein Quiz dazu, aber das darf ich nicht im Vorspann machen, oder? Ja, sicher. Warum nicht? Ja, passt. Dann machen wir gleich ein Quiz. Hashtag DBL-Levy. Quiz. Diana Langes wurde am Freitag bei der Generalversammlung für die nächsten drei Jahre in ihrem Amt als Präsidentin der WSG bestätigt. Ihr Sohn Joaquin Fernandes de Cordova tritt in die Fußstappen seines Großvaters. Warum? A. Wie sein Opa Gernot Langes startet, er seine Vorstandskarriere als Vizepräsident. B. Wie sein Opa ist er beim Eintritt in den WSG-Vorstand 24 Jahre alt. C. Wie sein Opa übernimmt er ein Vorstandsamt in Wattens in der vierten Saison im Oberhaus in Folge. Achtung, mehrere Antwortmöglichkeiten könnten stimmen. 1 und 3. 1 und 3? Ja. Also er ist Vizepräsident und er übernimmt ein Vorstandsamt in der vierten Saison im Oberhaus in Folge. Achso, Vizepräsident? Ja. Schreibe. Ja, okay, egal. Ich habe etwas anderes verstanden. Passt. Ich bleibe trotzdem. Nein, es ist tatsächlich... Man muss jetzt zusagen, dass unsere Verbindung nicht die beste ist. Also es geht, aber man hört es nicht so ganz klar mit der Musik im Hintergrund. Ah, die ist blöd, gell? Habe ich etwas anderes verstanden. Aber ich... Ja, nein, tatsächlich. Ich meine, es ist tatsächlich A und B richtiger. Also es ist tatsächlich so, dass der Achim Fernandes de Cordova mit Vizepräsident geworden ist und tatsächlich mit 34 Jahren. Und genau das beides ist bei Gernot Langes auch passiert. Allerdings war es so, dass... Ja, Wattens ist jetzt ja die vierte Saison im Oberhaus in Folge. Und damals war es so, nämlich im Juli 1967, als Gernot Langes Vizeobmann wurde, ist es so, dass Wattens damals noch in Liga 2 war und dann aber nach der ersten Saison mit der Vizeobmannschaft von Gernot Langes tatsächlich in die damalige Nationalliga aufgestiegen ist. Und mein Vater übrigens, den man vielleicht irgendeinen Hintergrund mal hören wird, weil da nicht unbedingt eine Studioräumlichkeit sich hier befindet in dieser Wohnung, die wir gemietet haben, der war tatsächlich in den 60ern als Kind wohl einmal in Wattens mit seinem Onkel und nicht nur dort bei einem Spiel, sondern sogar in der Kabine meinte. Er kann sich allerdings nicht erinnern, welche Spieler er da begutachtet hat und wessen Schweiß er aus nächster Nähe riechen durfte. Nein, nicht schlecht. Ja. Gernot Langes übrigens, der Vollständigkeit halber, Entschuldigung kurz, Gernot Langes, der Vollständigkeit halber, ist leider im Jänner 21 verstorben, allerdings noch immer Ehrenpräsident der WSG und das Stadion in Wattens, das ja leider für Bundesligaspiele nicht geeignet ist, aufgrund der Anforderungen, ist nach ihm benannt. Ja, sehr schön. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Ja, ich habe leider verstanden, nicht Vizepräsident, sondern irgendwie Pizze, 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 ich werde mir nicht sicher noch Pizze-Lieferant kommen. Pizze-Lieferant, wie es so heißt, oder? Ja, Pizze-Lieferant und habe dann gedacht, vielleicht während dem Studium, wie auch immer. Na ja gut, theoretisch. Aber richtig. Allerdings in der Swarovski-Familie wahrscheinlich nicht notwendig, ich habe das auch nicht gewusst, Swarovski ist schon seit Ende des 19. Jahrhunderts am Markt und ja, das sieht man auch in der Innsbrucker Innenstadt, einen wunderschönen Showroom mit Dingen, die mir nicht besonders zusagen, vielleicht dir mehr. Warum mir mehr? Weiß ich nicht, du bist ja so ein Glitzersternchen in der Podcast-Welt. Aber okay, ich verzichte. Ich verzichte. So, start mal rein. Ja, bitte. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Herzlich willkommen zur 142. Runde von DBL-DW. Eine Durchsage in eigener Sache, ab April bekommt man für einen Sieg in der Admiral-Bundesliga wieder drei Punkte. Servus, Peter. Hallo, lieber Fabio. Das war ganz schön, wie Oswald von der WSG gestern in die Sky-Mikrofonen diktierte, dass ihnen jetzt 14 Punkte gestohlen werden. Das hat mir sehr gut gefallen. Na ja, stimmt. Nein, stimmt. Es ist ja wurscht, ob du in einer Meistergruppe spielst oder in einer Quali-Gruppe, die 14 Punkte werden, also die Hälfte der Punkte werden sowieso gestohlen. Aber es klingt natürlich, es hat sehr dramatisch geklungen und nach falscher Schiedsrichterstellung. Na ja, das früher wird natürlich viel höher bewertet, das stimmte. Aber haben wir schon in der vergangenen Episode gehabt, dass die Liga-Reform bzw. der aktuelle Modus der Admiral-Bundesliga alles andere als fair ist. Ja, man merkt immer, wenn Verantwortliche und Aktive darauf angesprochen werden, merkt man immer dieses, wir wissen eh, was es ist, aber es nervt uns eigentlich schon, oder? Es kommt mir bei allen rüber, also auch bei Jeisler, wie es mir gestern ein bisschen gedacht, also ja, also es sind nicht alle unbedingt so happy. Vielleicht am ehesten die, die dann vielleicht noch was aufholen wollen, natürlich, ist auch klar. Aber es sind doch alle anders sozialisiert, muss man sagen. Ja, ich glaube, niemand ist froh, wenn einem was weggenommen wird. So ist es. Bitte, möchtest du den Fahrplan durchgehen? Ja, ich wollte gerade, ich möchte was dazugeben, ich möchte nichts wegnehmen, ich gebe den Fahrplan durch. Wir erhalten erstmals, wir erhalten erste Station Kampf um die letzten Meistergruppenplätze. Achso, eigentlich sind es die nächsten dann nur Zwischenstationen. Wir haben nämlich den Schauplatz Wien, wir haben den Standort Klagenfurt und wir sind auch in der wunderschönen Stadt Innsbruck. Und wir starten gleich mit der Überschrift Kampf um die letzten Meistergruppenplätze. Meistergruppenplätze sind sechs Stück vergeben worden, wovon zwei noch offen waren. Jetzt hat es dann doch, sagen wir mal weniger überraschend, die Austria und die Austria geschafft. Klagenfurt. Stimmt, die violetten Austrias haben es geschafft, genau. Und die WSG Tirol hat dann aufgrund des brutal schwierigen Endprogramms den Platz in den Top 6 vergeblich versucht zu erreichen. Du warst in Innsbruck auch draußen. Wie war dein Gefühl? Hat man noch daran geglaubt oder war einfach sturmzumächtig? Ich war ja tatsächlich dann sogar am Ende des Abschlusstrainings irgendwie kurz dabei und habe ja vielleicht auch tatsächlich mit einem Verantwortlichen, war dazu später länger gesprochen. Und ja, sie haben es ja vom Rapidspieler Ziverberger schon gemeint, dass sie ja sehr entspannt in das Ganze reingehen können. Sie haben ja schon gewusst natürlich, dass das eine sehr intensive Partie wird und sehr schwierig und es war schon eine gewisse Hoffnung, ein Glaube da. Es waren jetzt auch gar nicht so wenige Zuschauer, es war von den Anfragen her etwas mehr als gegen Salzburg im Frühjahrsauftrag. Thomas Silberberger hat ja gemeint im Interview, wenn man sich umdreht, sieht man, die Bude ist wieder komplett voll. Ja, gut. Vielleicht sarkastisch. Also es war schon, ich glaube, es war für WSG-Verhältnisse ein ganz gut besuchtes Spiel. Jetzt war halt doch nicht überragend, wir sind jetzt nicht so, dass da jetzt alle 17.000 Plätze gefüllt sind, aber dazu sollte man vielleicht einordnen und sagen, also vor mir und meinem Vater ist ein Greiser Kibitz, würde ich es nennen, also wirklich so ein Beobachter des Vereins, der sich wirklich ausgekannt hat und wohl sehr lange schon sich Wartens anschaut. Der ist vor uns gesessen und mein Vater hat gesagt, wir wissen, wie viele Innspuker kommen da eigentlich? Die Innspuker nehmen uns nicht. Also wir haben nicht einmal ein Heimstadion, aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig in dieser Umgebung. Man sieht ja, man sieht natürlich im Umfeld des Stadions sehr, sehr viel WACA-Branding noch, die ja nunmehr in der vierten Liga aktiv sind. Und viele Graffitis und wir haben auch noch verrückte Köpfe, Graffitis, die sich ja vor wenigen Wochen aufgelöst haben. Gibt es natürlich auch noch. Ja, waren sehr viele Kinder auch dort und Vereine und so. Also es sind schon ein paar Leute, die sich dann dafür interessieren, aber du merkst schon, es ist jetzt nicht diese Freude darüber, dass man in Innspuk spielt. Obwohl, das muss man sich so vorstellen von der Einordnung her, das ist ja nicht weit weg des Wartens, das ist 25 Minuten mit dem Auto oder so. Das ist wirklich klar. Aber rein sportlich meine ich jetzt. Ja, ja, nur so drumherum. Auf der sportlichen Komponente ist es so, dass man bei dem Spiel jetzt das Gefühl gehabt hat, gerade in der ersten Halbzeit, dass Wartens nicht zu viel Risiko gehen mag. Das hat man vorhin dann ja gesagt, dass man schon diesen Harakiri-Hollywood-Plan eigentlich hätte, aber den macht man nicht immer. Also nicht, wenn es in den Spielen nicht entsprechend läuft. Stefan Köck war der, der irgendwie das alles verbunden war und sich das alles angeschaut hat und immer verfolgt hat. Und dann habe ich eigentlich, ich habe dann nur so gewartet, ich habe zu meinem Vater gesagt, so ja, ab der 60. wird es dann wahrscheinlich, 60. 70. kann man vorstellen, dass dann Wartens versucht, etwas mehr Risiko zu gehen, wenn es weiter in 0-0 steht. Und war dann auch so, und es war dann tatsächlich in der Phase, wo man das Gefühl hatte, dass Wartens am ehesten ein Tor erzielen kann, weil es war eine sehr, sehr chancenarme Partie. Sonst ist tatsächlich dieser Fehler vom sonst bis dahin sehr gut agierenden Bione gewesen und dann hat der Mega halt das 1-0 erzielt. Und dann hätte man das Gefühl haben können, dass Wartens eh nicht wirklich will, aber es ist eh nicht wirklich können, weil du kannst natürlich gegen Sturm, die natürlich mehr Qualität haben, als Wartens nicht zu viel Risiko gehen. Weil du dann sofort das Zweite bekommst und sie haben es dann in ihren Maßen alles probiert und haben dann noch Domic und Rinaldi gebracht. Und ja, im Endeffekt waren sie dann in diesem Spiel wie öfter gegen größere Gegner nicht so weit weg, aber es ist dann einfach der Qualitätsunterschied. Und ja, alles probiert, aber die WSG schafft dann, tut sich natürlich gegen eine Mannschaft wie Sturm dann schwer, die dann auch noch von der Bank ajeti oder kiertisch will, jetzt wieder bringen kann, weil die wieder fit sind. Es war natürlich schwer, dass die da Sturm tatsächlich hinten reindrücken oder so. Und haben noch dazu ja auch Ausfälle gehabt mit Blumen oder Sulzbacher. Also dann auch verletzungsmäßige Umstellung in der ersten Halbzeit schon mit EU-Ogenetz. Also war sicher nicht einfach. Ich habe den Prizza, der seit Längerem wieder mal gestartet, mit Sabica, so das alte Sturm-Tuo. Aber wie du richtig gesagt hast, das war dann schon sportlich schwierig. Ja, Prizza war... Die WSG Tirol hat so gut wie gar keine Großchancen sich erarbeiten können. Ein paar Halbchancen, ein paar wenige Abschlüsse, aber Sturm hat dann komplett verdient, in Wahrheit, die Partie gewonnen. Ja, sicher. Und ich finde, dass, wie du richtig sagst, die WSG Tirol schon probiert hat, defensiv stabil zu sein. Und hat das auch über weite Strecken gut gemacht, aber nachdem sie gewusst haben, dass sie irgendwann einmal Autor zielen müssen, in jeder Annahme, die hätten sie wahrscheinlich einen Punkt genommen, weil sie ihm gewusst, sie müssen gewinnen. Und ich finde dann, dass auch dieser Gegentreffer, der Erste, extrem symptomatisch war dann für das Spiel, dass man es eigentlich gut macht und dass dann Bionek mit dem Riesenfehler Sturm eigentlich das Tor serviert und man sich selbst um die harte Arbeit bringt. Ja, das ist am Ende des Tages dann halt wahrscheinlich auch der Qualitätsunterschied, wo einfach die Wahrscheinlichkeit, ja, größer ist, dass der Favorit aus Graz sich da durchsetzt tatsächlich. Prizza auch noch ein paar Worte, also ich habe mir auch gedacht, schon, der startet seit langem wieder einmal. Der hat sicher nicht seine beste Partie gehabt und wäre aber schon Maskenmann Sabitzer, der erstmals wieder in der Startformation war, bei dem ist jetzt auch natürlich nicht ganz fit, ist immer natürlich ein bisschen ein Handicap, aber der war am ehesten noch der, der das ein oder andere Mal vor allem Bälle festmachen hat können oder mit guten Ballabdecken, verkehrt zum Tor stehend, was versucht hat. Aber es war wirklich, wirklich schwierig, da tatsächlich durchzukommen. Genau. Obwohl es ja in den anderen Stadien entsprechend gelaufen wäre für Wattens, also das muss man natürlich dazu sagen, also dadurch, dass ja aus der Klagenfurt dann, durch rote Karte und Verlusttreffer und so, dann doch relativ schnell nachvollziehbar war, dass die eher nicht auf der Siegerstraße sind, wäre es ja insofern möglich gewesen mit dem Sieg. Aber der wurde es dann tatsächlich nicht. Ich hätte da noch ein Quiz. Oh, okay. Ein Hashtag DBL-Levy-Quiz. Was haben die beiden Kontrahenten auf der Trainerlinie vom Sonntag? Thomas, ah, Entschuldigung, ich muss mich anders fragen. Was haben der Vater von Thomas Silberberger und der Opa von Christian Itzer gemeinsam? Achtung, mehrere Antwortmöglichkeiten könnten richtig sein. A, sie waren Händelbauern. B, sie erklommen den Großglockner und den Dachstein. C, sie waren Kapellmeister. A und B. Tatsächlich sind A und B jeweils falsch. Sie waren weder Händelbauern noch erklommen sie den Großglockner und den Dachstein. Wobei man dazu sagen muss, das war sie jetzt nicht genau. Es könnte schon sein, dass die beide den Großglockner und Dachstein erklommen haben und irgendwann einmal Händel gehabt haben. Das glaube ich auch nämlich. Vielleicht stimmt das auch. Aber was ich definitiv weiß, ist, dass beide Kapellmeister waren. Und du weißt definitiv, dass beide nicht Händelbauern waren. Ja, Silberberger hat schon auch einen Landwirtschafts-Background. Aber Händelbauern im Sinne von Großhändelbauern, die wöchentlich kiloweise Brüste verkaufen. Die heißen, der Toni heißt sein Großvater. Ja, gut. Der Toni ist Freilander, ja. Ja, genau. Ja, okay. Aber das war auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall in diesem Wochenende erfahren, dass der Vater von Silberberger 35 Jahre lang Kapellweister war. Und Silberberger es auch mit Bodefuss Musik versucht hat. Aber ja, das war nicht so sein Ding. Ja. Ja. Ja, Klagenfurt hast du angesprochen. Das war ja, ich habe es ja in der Konferenz verfolgt, sehr schön rote Karte recht bald einmal für Florian Rieder nach drei, vier Minuten. Für ein doch, finde ich, sehr vertretbare rote Karte, faul von hinten. Wo Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert ist, dann in der 25. Minute Eigentor, Thorsten Mahrer und ein paar Minuten später, man war ausgeglichen, Andy Irving, der dann sehr provokant und präpotent gejubelt hat. Sympathieträgerjubel des Wochenendes. Und hat dann auch die gelbe Karte dafür erhalten. Peter Bakkut durfte sich dann erneut sehr viel beschwert haben und hat dann gelb-rote erhalten. Und dieses, es war kein Standbild, aber es hat so gewirkt. Von Peter Bakkut war es sehr schön, weil er einfach nur gestanden ist und gelacht hat. Und er hat einfach nicht seine Coachingzone verlassen, trotz der roten Karte. Bis Markus Bink, bis der Schiedsrichter Markus Bink als Vermittler geholt hat. Markus Bink ihm dann irgendwas zugeflüstert hat. Vermutlich, es ist doch besser, wenn du gehst. Und ja, dann hat er das Spiel im Regen auf der Tribüne verfolgt. Ja, fand ich auch sehr schammert. Und hat gesehen, wie der Austrielslust dann auf 4 zu 2 gewonnen hat. Man muss sagen, verdient 4 zu 2 gewonnen. Und ja, jetzt war es aber, wie du richtig sagst, sinnfällig, weil er die WSG Tirol nicht gewonnen hat. Dementsprechend auch Austrielslust in einen Top 6. Und ja. Ich meine, Leitung kann aber jetzt nur Markus Bink. Also der hat jetzt zum vierten Mal in Folge in der Bundesliga getroffen. Und jetzt muss er da oben weiterhin Tore machen. Das ist wesentlich schwieriger als unten. Also die Torschützenkrone wird auf jeden Fall schwerer zu erreichen. Andererseits hat er ja durchaus ein bisschen Vorsprung auf Guido Burgstaller. Das ist richtig, ja. Aber wie siehst du das? Also ich habe das letzte Woche schon gemeint, jetzt ist da oben einer reingerutscht, aber du hast schon durchaus richtig entgegnet, naja gut, der WRC ist jetzt auch nicht unbedingt in Form. Aber es ist schon ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, dass die, sagen wir mal, ja, also Salzburg, Sturm, Lask sowieso und dann die Wiener dahinter, dass die schon qualitativ anders aufgestellt sind und jetzt auch einen anderen Flow hatten in den letzten Wochen. Aber wenn der Lask jetzt vielleicht nicht den Idealflow hatte, jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit, aber trotzdem viel Qualität auch im Winter noch dazubekommen mit Usau und Mustafa und dem defensiven Mittelfeldspieler, dessen Namen ich nicht mehr vergesse, der nicht mehr verletzt ist. Dallov-Jerov. Danke. Okay, aber Klagenfurt ist da sicher die Mannschaft, die da eher überraschend dabei ist. Und ich wage mal zu behaupten, dass Klagenfurt oder WSG, ganz egal, dass jetzt halt Klagenfurt, sie hätten sich beide eher schwer getan und jetzt tut sich halt Klagenfurt wahrscheinlich eher schwer da oben. Parkholt hofft ja, dass etwas nicht nur Fans von den Auswärtsmannschaften, sondern auch mehr Klagenfurter-Fans kommen, jetzt wo sie das zweite Mal in Folge, auch in der zweiten Saison in der Bundesliga wieder in der Meistergruppe spielen. Ja, zuschauertechnisch ist es natürlich ein extremer Benefit, oben dabei zu sein. Das ist ja auch wieder der weitere Punkt, wo man die Liga-Reform wunderschön kritisieren kann, weil natürlich wir haben viele Spiele, wo viele Heimfans, viele Auswärtsfans sein werden und sehr viele Spiele, wo halt eine schwache Heimkulisse auf nicht viel mitreisende Auswärtsfans treffen, wo man natürlich dann auch sagt, ja, so unterstützt man die kleineren Vereine auch nicht, aber das sei wieder dahingestellt. Aber für Aus der Klagenfurt super, schwierig wird es natürlich sein, einen internationalen Startplatz zu ergattern, weil der Sechste hatte keine Chance. Und das wird natürlich das Ziel von der WSG Tirol sein, dass man schaut, natürlich mit einem Auge die Liga zu halten, aber auch ganz klar, wie performt man, dass man schnellstmöglich zumindest in Europa-Kaps-Startplatz holt, dann kann ja die Saison so auch noch gut abgeschlossen werden. Genau, und als Sie es letztes Mal in der Quali-Gruppe waren, die Vatner konnten Sie diese ja für sich entscheiden, trotz eines 0-6-Startergebnisses gegen den LASK. Übrigens ganz schön, also dieses Austria-Austria-Duell, Lustenau gegen Klagenfurt, war ja wirklich toll. Also nicht nur diese Backhut-Geschichte, wo Pink seinen eigenen Trainer dann bittet, doch nach oben zu gehen, sondern dieses Gedigli-Tor war ja super, oder? Das ist das FIFA-Tor eigentlich, oder? Also ich sehe sowas eigentlich nur dann, wenn ich mit meinem Torhüter rauskomme bei Online-Spielen, weil ich total frustriert bin, oder 7 zu 0 führe, wobei ersteres öfter passiert, und dann schießt mir der Kontrahent, der brasilianische FIFA-Gott, der mich abschießt, schießt mir dann so ein Tor. Sehr schön, hat mich sehr gefreut, sowas einmal tatsächlich live in der Bundesliga zu sehen. Also live habe ich es ja nicht gesehen, das ist im Nachhinein, aber genau, trotzdem. Schöne Sache. Jo, da hast du recht. Wie ein Derby. Wollen wir darüber auch reden, oder? Ja, bitte, sollten wir doch unbedingt machen. Ich könnte gleich mit einem Quiz starten. Hashtag DBL-DW. Quiz. Zwei Tore im Wiener Derby, genau das wünschen wir uns bei DBL-DW. Gefühlt ging allerdings eigentlich jedes Wiener Derby-Set bestehen unseres Podcasts 1 zu 1 aus. Diesmal endet es 2 zu 0 für die Wiener Austria. Ich habe mir dann angeschaut, wie viele 1 zu 1 es denn tatsächlich seit der Derby-Premiere am 8. September 1911 gab. Und an dich, Fabio, stelle ich jetzt die Frage, wie viele waren es denn? 34. Ah, 38. B, 74. C, 19. Ganz kurz nur dazu. 38. Ich, ja richtig. Weißt du das, hast du das einmal rausgesucht? Nein, aber wir haben ja, ich habe einfach geraten. Das war jetzt extrem gut geraten mit 34. Vielleicht sind sogar 34 nur in der Meisterschaft, das will ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich habe ja nur gewartet, dass du sagst, mehrere Antworten sind möglich. Ja, das ist ja lustig. Na, insgesamt 329 Wiener Derby schon gegeben, 136 Rapid-Siege, 119 Austro-Siege und 74 Krimi. Das zweithäufigst gespielte Fußball-Derby-Europas nach dem Rot-Sieb-Rolland in Glasgow. 1 zu 1 ist ja eines der häufigsten Fußballresultate außerdem. Stimmt, aber es ist ja tatsächlich so, dass von den letzten sechs Derbys sind tatsächlich 5 1 zu 1 ausgegangen und die letzten vier allesamt mit 1 zu 1. Also insofern war ich wirklich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht ein 1 zu 1 war diesmal. Ja, beim letzten Sieg der Wiener Austria zuvor war ich eben im Stadion. Das war das fulminante, ich glaube, 6 zu 1 gegen Rapid. Ah ja, aber haben Sie dazwischen nicht in einen Sieg gehabt, wo Huskovic getroffen hat? Ja, aber das war ja in Hütteldorf, oder? Ach so, ja, ja, richtig, ja, hast du recht, ja. Ich meine jetzt in der General Arena. Ja, ja, das habe ich zu einmal verwechselt, ich verwechsel das immer. Und ja, aber das war ein unglaubliches Spektakel und ich habe dann irgendwie gestern so das Gefühl gehabt, ich weiß, ich habe vergangene Woche gesagt, ich glaube sogar, dass die Austria es vielleicht nicht schaffen wird, einfach vom Gefühl her, aber so eine Stunde vor Ankick, zwei Stunden vor Ankick, ich habe mir gedacht, boah, ich glaube, die Austria, ich habe so ein Gefühl, die Austria gewinnt halt 5 zu 6 zu 0. Ist dann eh nicht passiert. Aber wie sie aufgetreten sind, wie sie gespielt haben, war das mehr als verdient. Und ja, die Austria hat dann 2 zu 0 gewonnen. Und was mich sehr gefreut hat, dann kann man darüber streiten, weil ich habe jetzt auch nicht die Partie in Vorlänge gesehen, sondern sehr viel Konferenz geschaut und nebenbei immer wieder Einzelspiel. Aber primär Konferenz. Mann des Spiels, Toro und Leitner. Ich habe auch an dich denken müssen. Torvorlage und Tor. Und ich habe tatsächlich aufgeschrieben in der Vorbereitung, Schaub fühlen sie sich bestätigt? Fragezeichen. Ja, der ist einfach gut. Es hilft aber nichts. Der war davor gut, der ist bei der Austria gut. Und der wird auch in Zukunft gut sein. Man darf ja nicht vergessen, dass auf seiner Position ein Spieler spielt, der jung ist, den man im Sommer geholt hat, den, wie man schon von Stuttgart kennt, also mit Polster. Also es ist gar nicht so leicht, den rauszuspielen, aber dass nach zwei Wochen kein Weg mehr an Tor und Leitner vorbeiführt, zeigt ja auch, wie viel Qualität er hat. Und in der Partie hat er mal richtig aufblitzen lassen, was in ihm steckt. Nicht nur bei den Toren, auch generell finde ich sehr gute Partie. Ich hätte dazu ein... Oh. Hashtag DBL-DW. Quiz. Wien bezeichnet Tor und Leitner als guten Freund. A. Den brasilianischen Titelsammler von Real Madrid, Marcelo. B. Der Salzburger Wunderkind, Oskar Gluch. C. Ex-Salzburger-Grogetter, Patzen Dacker. Von ihm hat er sich den Torjubel abgeschaut. D. Den Ball. Ja, am meisten Sinn wird machen Oskar Gluch, aber dann müsst ihr die Frage nicht stellen. Ja. D. Der Ball. Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich bezeichnet er den Ball auch als guten Freund. Übrigens erstmals in der DBL-DW-Quiz-Geschichte, dass ich vier Antwortmöglichkeiten gegeben habe, weil ich zwei so toll gefunden habe, die nicht stimmen. Und die wollte ich beide reinbringen, nämlich den Ball und Patzen Dacker, weil er so schön gejubelt hat. Tatsächlich ist es Marcelo, der brasilianische Titelsammler von Real Madrid, in einem Interview gibt es ja bekannt, dass er den mittlerweile als guten Freund bezeichnet. Und das war damals, als er bei Olympiacos noch aktiv war, also im Herbst, relativ früh ein Interview gegeben. Und die Geschichte dahinter ist folgende, dass Marcelo nämlich auch zu Olympiacos Pireos gewechselt ist, ziemlich gleichzeitig mit Tor und Leitner. Und die haben gemeinsam die erste Trainings-Eine gemacht. Und Leitner meinte dann, ja, das ist super und das ist ja toll und wie auch immer und wir werden uns dann schön abwechseln. Und siehe da, weder Leitner noch Marcelo kamen viel zum Spielen, weil der Linksverteidiger bei Olympiacos Pireos heißt heuer Oleg Reaziuk, noch nie gehört davor, ein moldawisch-portugiesischer Toppelstaatsbürger, der für das Nationalteam von Moldau kickt, dort auch geboren ist, aber in Portugal ausgebildet wurde. Und der Kollege Marcelo ist mittlerweile auch nicht mehr dort, der ist jetzt in Brasilien aktiv. Schön übrigens, Leitner hat dann auch in dem Interview auch gemeint, dass Fien es so schön war, zu Olympiacos zu kommen, weil er hat auf einmal mit ganz vielen Spielern zusammengespielt, mit denen er sonst nur bei, wieder einmal, FIFA spielt, nämlich eben Marcelo, dann James Rodriguez ist dort, der ist im Sommer nach Olympiacos gewechselt, nach Pireos aus dem Katar oder aus Katar und Sokratis ist auch dort der ehemalige Werder Dortmund und Arsenal Innenverteidiger. Und auch übrigens ausgeliehen haben sie Samasiko, ein alter Bekannter aus unserer Liga, der ist von Hoffenheim dort hingeliehen. Also eine ziemliche Star-Truppe, wo er bald wahrscheinlich wieder zurückkehren wird und oder auch nicht, wenn der Oleg so gut spielt, aber ich bin bei dir, ich kann mir auch vorstellen, dass der sich nicht viele Sorgen machen muss um seine Karriere. Na, das ist auf keinen Fall. Das ist auf keinen Fall. Du übrigens, als ich an und nachschaut habe, letzter Darby-Sieg von Rapid, hast du vielleicht auch gelesen oder noch nachvollzogen, am 1. September 2019, Torschütze für die Austria damals, beim 3-1-Erfolg der Rapidler Christoph Monschein, der jetzige Rieder und die Torschütze für Rapid, Thomas Murk, Taxiachis Funtas und Ali Obadji. Und habe ich mir dann auch gleich, weil ich ja viel zu viel Zeit habe hier in Innsbruck, Thomas Murk bei Baxaloniki, alles andere ist gut, nur vier Einsätze dieses Jahr, Funtas derzeit verletzt, also noch nicht im Einsatz für diese United in der MLS und Ali Obadji, siehe da, gehört mittlerweile Amier und spielt leihweise in Ligue 2 bei Girondeau Bordeaux. Und dann hätte ich noch... Ohne Probleme beantworten. Wo spielt der Bruder von Ali Obadji Fußball? Ah, das habe ich gewusst. Das habe ich vergessen. Ist der nicht in Österreich? Richtig. Es ist nicht die Admirer U16. Bei der zweiten... Ah, Admirer, stimmt. Ja, richtig. Admirer spielt da. Der ist im Oktober 20 zur Admirer 2 gewechselt, laut Transfermarkt und hat aber heuer immerhin 11 Liga 2 Spiele, allerdings kommt er eher rein, glaube ich. Also der spielt jetzt nicht so fix. Stimmt, kommt er von der Bank. Er hört auf den Namen Mamina Badji. Schick mal den Wagner mal nach Innsbruck, dann hat er so viel Zeit, dann recherchiert er da die ganze Zeit. Ja, das passt eh, ist eh gut. Aber jetzt, wo die Tabelle geteilt wird, wie schaut es aus? Ja, eins wollte ich schon noch sagen, eins wollte ich schon noch sagen, Wimmer hat ausgelassenes gejubelt, natürlich Davi Sigg immer großartig, war verdient, wohl, also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber du hast ja mehr davon gesehen und man darf aber wirklich nicht vergessen, wie enorm wichtig das für die Austrie ist. Wir haben unter der Woche jetzt diese Griech-Geschichte gehabt, wo es geheißen, der wird jetzt abgelöst und wie auch immer, was wir eh auch schon erwähnt hatten, letzte Woche, wir sind ja immer top informiert, aber für die Austrie enorm wichtig, da in den Top 6 dabei zu sein, auch, weiß ich jetzt nicht, aber als ob das Signal in Richtung Lizenz und die brauchen den Europa-Cup-Platz ganz, ganz dringend, wie auch einen Spielerverkauf, also das darf man nicht vergessen an diesem Zeitpunkt der Saison, zu diesem Zeitpunkt der Saison. Ja, vor allem mit dem Drei-Punkten-Abzug wäre es ja tatsächlich fast auf den Kopf gefallen und somit haben sie es trotz Drei-Punkten-Abzug in die Top 6 geschafft. So ist es. Also ja, aber du wolltest jetzt eine Vorschau geben, oder wie? Generell, ja, wie es ausschaut, ich meine, Sturm hat jetzt wieder gewonnen, Salzburg hat Punkte gegen den Tabellen letzten Alltag liegen lassen, haben auch die wenigsten damit gerechnet vermutlich. Siehst du eine Chance, dass es noch ein Meisterschaftskampf um den Titel wird, oder nicht? Also ich sehe tatsächlich, ich habe das gestern kurz durchgedacht und ich habe gedacht, vielleicht entsprechende Auslosung, wenn zum Beispiel recht früh erste, zweite Runde, Duell, direkt das Duell ist der beiden von ersten und zweiten und Sturm, wie in den letzten Spielen, oft der Fall oder oft knapp dran, tatsächlich die Oberhand behält, ob dann Salzburg vielleicht nervös wird, wenn sie, aber nein, ich sehe es noch immer nicht. Also ich sehe es, selbst wenn sie jetzt nach der zweiten Runde punktgleich sein sollten und Salzburg nur aufgrund des Sternchens vorne wäre, glaube ich trotzdem noch immer nicht, dass diese Mannschaft im Gesamten nervös wird. Jetzt ist zwar Ocker vorne nicht in Form, dafür ist Szeszko wieder zurück, Adamo trifft im Frühjahr leider auch nicht so oft, aber er hätte mir ein bisschen gewünscht, dass Adamo gestern trifft, weil dann hätte ich nämlich ein Ginger in Innsbruck suchen müssen, das hätte ich extrem charmant gefunden. Es wäre gut gewesen. Ja, es wäre schön gewesen, aber leider nicht eingetroffen und ja, ich glaube es nicht. Wie siehst du es? Ich sehe es auch nicht. Ich glaube, dass sie noch immer die stabilste Mannschaft sind in Österreich und ja, der Abstand ist zwar etwas geschrumpft, aber ich glaube auch nicht, dass das noch wirklich spannend wird. Ich glaube schon, was, also ich glaube, es wird interessant, Lask ist interessant, die Kübra war jetzt gestern nicht so ganz so happy. Verständlich. Ja, ja. Und ihr habt den Lask jetzt, also trotz dieser ganzen geballten Qualität und dieser Dichte, jetzt nicht so famos gesehen die letzten Wochen und bin ich voll bei dir. Bitte? Bin ich voll bei dir. Und da frage ich mich, da frage ich mich tatsächlich, ob da nicht Rapid oder vielleicht sogar die Austria, die ja beide wirklich sehr, sehr konstant, also die haben jetzt, die haben ja kaum Spiele gehabt, wo sie, wo sie jetzt schlecht performt haben im Frühjahr. Könnte schon sein, dass es da eine Chance gibt, dass die in Richtung Platz drei schielen. Bei Platz zwei und eins, glaube ich jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass Salzburg oder Sturm auf Platz drei zurückfallen. Dafür scheinen mir diese beiden Mannschaften zu konstant, möchte ich als Wort fehlen. Ich glaube auch, dass vor allem die Austria derzeit in einem Flow drinnen ist, wo einerseits jetzt wie Fitz wieder Spieler zurückkommen, die viel mitbringen, die denen wirklich helfen und die Mannschaft ist kompakt und hat ein Leben drin und dieses Leben und da hat sich auch die erste Elf ziemlich gefunden. Ich glaube, bei Rapid sind schon auch Themen, wo man die erste Elf nicht zu 100% gefunden hat, gerade im Offensivbereich gibt es noch viel Veränderung oder viel Einzelveränderung von Position zu Position und ich glaube, dass diese Kompaktheit und diese Geschlossenheit bei der Austria dann auch in weiterer Folge dazu führen kann, dass man mal in einen Lauf reinkommt, jetzt mit dem Erfolg, also das ja doch Erfolgserleben ist, A, Derbysieg, B, man ist in der Meistergruppe, also ich glaube, die lachenden Gesichter beim Training werden diese Woche in sehr großer Anzahl vertreten sein, dementsprechend schätze ich schon, dass die Austreter ganz knapp dran sind werden, wenn man sich dann das anschaut, wie viele Punkte sie eigentlich hinter dem Lask sind, dann ist es so gut wie nichts, das ist eine Partie. Ja, auf jeden Fall. Das sind die Themen und ich glaube, dass deswegen die Austria super Chancen hat, aber auch der Lask individuell von der Qualität sehr gut, aber es kommt wenig raus und auch wenn man sagt, Hartberg ist von diesen unteren sechs Mannschaften sicher einer der stärkeren aktuell, mit klarem Aufwärtstrend muss man als Lask mit den Spielern, die man hat, mit den Ansprüchen, die man hat, einfach noch viel dominant und klarer auftreten und die waren ja im Endeffekt näher dran, dass sie diese Partie verlieren, als dass sie die gewinnen. Deswegen, ja, wird es spannend zu verfolgen sein, aber ich sehe das ähnlich, Salzburg klare Nummer 1, Sturm klare Nummer 2 heuer und um den dritten Platz wird dann gerittert. Grundsätzlich auch gute Nachrichten für die österreichischen Fußballfans, wir haben in der Fünfjahreswertung den Champions League Platz für die Saison 2024 behalten. Wir sind Zehnter, glaube ich, und damit und keine Konkurrenten mehr dabei, dementsprechend sehr schön, ja. Ja, wundervoll. Und? Das ist jetzt passiert? Achso, weil jetzt ja Europa Cup waren. Ja, genau, Europa League sind ein paar Teams weggefallen und Adis Jasic, Top-Talent vom WRC, hat sich dazu entschieden, in Zukunft für das bosnische Nationalteam zu spielen. Meine Güte, immer wieder passiert das. Ärgert dich das oder ist dir das egal? Na, aber das ist ja wirklich, das ist ja jetzt schon oft passiert, oder? Also das ist ja mit, also die, warte mal, das ist mit Begovic passiert, das ist mit Kasi Begovic passiert, also diese ganzen, diese ganzen potenziellen Außendeckel, dieser österreichischen, die entscheiden sich alle für ihre andere Heimat. Das ist ja wirklich schade. Also Bosnien hat da irgendwie ein Abo auf, auf in Österreich sozialisierte Außenverteidiger mit bosnischen Wurzeln. Ja, aber wer möchte nicht mit Edin Dzeko zusammenspielen? Ja, das ist das Edin Dzeko Abo, das verstehe. Da bist ja eigentlich du schuld. Es ist einfach, ja, also er ist, er ist der Fernando Alonso der Serie A, einfach der Größte. Wunderbar, sehr schön. Ja, ähm, wir könnten ja tatsächlich weitergehen, gehen wir dann, also gehen wir dann zuerst, also machen wir zuerst die Zweifeliger 2-Fragen, oder? Ich wollte noch kurz was erwähnen. Also bitte. Zakaria ja mit, glaube ich, Corona nicht dabei, äh, dementsprechend hat man Schändelstückler mitgenommen, die waren aber nicht auf der Bank, das heißt, die dürften nur Verdacht dabei gewesen sein, sollte noch ein Corona-Fall auftreten. Da muss man ja erwähnen, dass das eigentlich Stützen sind der zweiten Mannschaft bei Sturm, die ja aktuell ziemlich unter die Räder kommt, von Partie zu Partie, auch interessante Philosophie, dass man dann Spieler mit hat in Tirol und nicht, nicht mal auf der Bank hat im Endeffekt, wo sie doch gegen Kapfenberger extrem wichtig gewesen wären. Das stimmt. Wobei da ja jetzt, dadurch das, dadurch das jetzt, okay, aber weil man halt nach, weil Karsaniert war und Atlet, okay, ja, verstehe schon. Ich habe nur gewusst, dass er krank ist, Corona war mir, war mir bis dazu noch nicht bewusst. Aber ja, das Spiel habe ich sogar tatsächlich auch gesehen. Dazu dann ich später noch mehr oder gleich dann mehr. Ja, starten wir rein. Zwar, Liga Zwarfro. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Zwar Liga Zwarfro. Ich habe tatsächlich die Konferenz am Freitag gesehen, wo eben, eigentlich hätte ich das als zweite Frage erst formuliert, aber jetzt kommt sie schon als erste und ich stelle es nur ganz lapidar, What the fuck ist mit der KSV los? Ich sage nur dazu, sechster in der Ibra-Kadabra Abdullah Ibrakovic-Tabelle. Also seit er da ist, sechster Platz. Ja, die wissen halt, in welcher Situation sie sind im Verhältnis zu vielen anderen Vereinen und die machen das extrem gut mit ihren Mitteln, die sie haben, spielen in ihrem 5-3-2 mit extremer defensiven Kompaktheit hinten in der Innenverteidigung mit großen Spielern, die bei hohen Bällen nichts anbrennen lassen, die da auch kompromisslos agieren und die einfach mit ihren Buschel, Krosse, Krikic, schon ein bisschen Routine in der zweiten Reihe drin haben und ganz vorne mit Amor, halt der Umschaltspieler, der zum Beispiel jetzt gegen Sturm richtig gut war und schwer zum Verteidigen war und ich glaube, Kapfenberg hat es wirklich geschafft, aus einer Mannschaft, die jeder abgeschrieben hat, über die letzten Wochen und Monate eine Mannschaft zu formen, die wie die letzten Jahre schon weiß, worauf es ankommt und das machen sie perfekt und deswegen glaube ich auch, dass Kapfenberg, Steier, Dornbier, die ganzen Vereine, die seit Liga 2 Existenz bzw. Sturmmonteure sind erst hochgekommen, aber trotzdem die anderen Vereine wissen, was es heißt in der Liga zu bleiben und die eben wie Sturm oder wie Dertmierer wissen das eben nicht und ich glaube, dass es die deswegen ganz, ganz schwer haben werden. Für Sturm können es wirklich noch knapp werden tatsächlich, wobei man jetzt dazu sagen muss, sind bei den Profis einige zurückgekommen wieder, das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt dann in den nächsten Wochen Das stimmt schon, aber wenn ich mir den Platz Aber es ist dann die Frage, ob das dann so schnell funktioniert, weil es ist oft so, dass du dann drei, vier Spieler vielleicht von der ersten dazu tust und das funktioniert dann aber nicht sofort so, dass die dann alles wegen diesen drei, vier Spielern zerschießen, weil die ja auch dann miteinander keine Automatismen haben und so. Also so einfach ist es nicht und man möchte sicher in der zweiten Liga bleiben. Man muss auch sagen, man hat bei Sturm im Herbst eine Mannschaft gehabt mit Trummer, Geierhofer, Nelson, Wels, Lang, also sehr viele Spieler, Milan, Dort, Fusaini, die fast immer dabei waren, die einfach sehr gute Zweitligaspieler sind und teilweise auch die nächsten Schritt gegangen sind und man hat dann aufgefüllt mit Spielern aus der U18, was ja in Ordnung ist, nur wo einfach dann der Sprung sehr groß ist, während die anderen Vereine großteils versuchen, sag ich mal, die zweite Mannschaft dann irgendwo auch zu stärken, mit einer gewissen Breite und deswegen glaube ich einfach, dass es schwierig wird für die Mannschaft, die Liga zu halten, vor allem, das sind ja alles gute Fußballer, die wollen ja kicken und die Heimstätte in Gleisdorf ist, muss man sagen, jetzt vom Rasen her nicht optimal, um gepflegtes Kurzbaurspiel zu absolvieren. Schlechtester Rasen der Liga tatsächlich, laut der VDF-Umfrage. Ja, so ist, muss man sagen, die ersten Spiele, die ich da jetzt gesehen habe, auch gegen Thornbieren, das ist schwierig, dass man da Dinge spielerisch löst und wenn ich dann so eine junge Mannschaft bin, die natürlich gerade über das kommen will, dann mache ich mir damit keinen Gefallen. Young Violets werden es aber jetzt auch schwer haben. Deswegen die Sturm und Matheure spielen aber jetzt, wie bitte? Entschuldigung, die Young Violets werden es auch schwer haben. Die werden es auch sehr schwer haben, ja, gleiches Thema, die haben halt auch, die haben halt oben auch sehr viele verletzte Spieler und die haben dann nachgerüstet und ja, wird auch sehr, sehr schwierig für die Young Violets. Aber gut, Vorwärts, Steier und Co. gefällt uns. ja, die wissen ja, in welcher Lage sie sind. Ich glaube auch, dass es die Admiras schwer haben wird. Also, ich glaube, nur weil man letztes Jahr noch Bundesliga gespielt hat, ist das kein Freibrief, dass man oben bleibt. Die Dornbirnen, Steier, Kapfenberg wissen halt seit Runde 1, in welcher Situation sie sind und bei manchen Vereinen bin ich mir nicht so sicher, ob die sich dem auch bewusst sind. Aber, ja, was ich vorher noch sagen wollte oder ergänzen wollte, die Sturm und Matheure spielen jetzt in ein, zwei Wochen, also nach der Länderspielpause, glaube ich, gegen den GAK und das in Kapfenberg. Das ist ja für den GAK eine Rückkehr zur alten Heimstätte, oder? Die haben doch tatsächlich in den 90ern in Kapfenberg. Das ist aber ein Heimspiel von Sturm. Ja, ich weiß schon, aber für GAK was nostalgisches, weil dort war ja damals dieser, dieser famose, dieses famose Spiel gegen Inter Mailand, wo Alexander Manninger, Alexander Manningers Stern aufging im Tor vom GAK. Ja, das stimmt. Das ist doch schön. Ich habe übrigens eine erste Frage gehabt, Vorbereitung, die stelle ich dir jetzt noch. Der alte Förderer des, 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 Traditionsvereins Fürst Linz, aus dessen nostalgischen Ideen heraus ja Blau-Weiß-Linz entstanden ist, oder aus dessen Tradition heraus, die entstanden sind, die sind jetzt, die Fürst Alpine ist jetzt tatsächlich beim LASC eingestiegen, also eingestiegen, aber halt als Sponsor treten die jetzt auf, was total Entsetzliches, glaube ich, für, für die Blau-Weiße-Linzer Fußball-Fan-Hälfte, da soll ja Stefan Reiter sehr lange versucht haben, die zu einer Unterstützung des Vereins zu bewegen. Es ist jetzt Sieg und Gruber und Co. gelungen. Tino Wawra noch dazu ist bekannt geworden, dass der zu St. Bölten wechselt, also zum direkten Aufstiegskonkurrenten tatsächlich. Sportlich läuft es dennoch, haben wieder gewonnen, letzten zehn Spiele, neun Siege, ein Unentschieden. Aber was macht denn das mit einem Verein, einer Mannschaft oder glaubst du, ist das egal? Ich glaube, der Mannschaft ist es egal. Ich glaube, den Fans oder dem Verein nicht. Ich hatte ja die Ehre, am Wochenende bei unserem Heimspiel Richard Durkowitsch zu begrüßen, also der Edelfan von Blau-Weiß-Linz und Fußball, der ist auf jedem Fußballplatz oder Sportplatz überhaupt, komme ich vor. das ist sehr schön, dass er dann auch in Weiz vorbeigeschaut hat. Der fundierteste Kenner der österreichischen Fußballplatz- und Stadien-Gastro-Szene, oder? Ja, das kann man durchaus so sagen. Promillon der österreichischen Fußballstadien. Und der war aber nicht sehr erfreut, logischerweise, über das, weil wir auch kurz darüber geredet haben. Und ja, es ist halt einfach eine schwierige Situation für Blau-Weiß-Linz, glaube ich, generell. Ein großes Sponsor anzuziehen, der Lask, ist halt in diesem Becken extrem drinnen. und ja, es hätte halt was Nostalgisches, sage ich vielleicht sogar fast, nur ja, ist man natürlich nicht sehr erfreut. Und vor allem mit den ganzen Infos zusammen, also wie du richtig angesprochen hast, Dino Wawra zu St. Pölten. Ja, ist keine leichte Woche gewesen, glaube ich, für einen Blau-Weiß-Linz-Fan. Wobei, dann hat man wieder gewonnen und siegelassen doch einiges vergessen. Das stimmt. Siegelassen einiges vergessen oder freuen auch tatsächlich. Wie fühlt es sich an, wenn man drei Siege in Folge hat und so ins Frühjahr startet in der Regionalliga-Mitte, lieber Herr Sportdirektor beim SC Weiß? Ja, gut. Gut, das denke ich mir. Das ist gut. 4 zu 0, oder? Gegen die jungen Wikinger? Vollkommen richtig. Na, boom. Du bist gut informiert, das ist Wahnsinn. Man glaubt das kaum. Ja, was übrigens, was ich übrigens, achso, es gibt ja nochmal eine andere Kategorie, die große Zerstörung, dann sage ich, das ist nachher, bitte, komm, mach mal. Also, willst du jetzt gleich? Ja, muss ja nichts. Okay, passt. Ist heute leicht? Durchschnitt. das DBLDW-Orakel. im Winter 2011 ließ er seinen Vertrag vorzeitig auflösen. Gerüchte zufolge hatte der griechische Erstligist mehrmals das vertraglich geregelte Gehalt nur verspätet überweisen können, weswegen er nach Deutschland zu Erbe Salzburg wechselte. Er hat zusammen gespielt mit Thorsten Knabel und mit Wolfgang Bubenik, mit Alfred Hörtnagel und mit Patrick Ovo-Moyela, mit Carlos Czaile und Marcel Ketela. Wo ist er hingekriegt? Zu Leipzig? Entschuldigung? Ja, Leipzig. Ja, genau. Dort damals Trainer Alexander Zorniger wohlgemerkt. Er hat auch gespielt mit Andreas Dober, mit Jano, Starke und Lukas Kragl. Unter anderem aber auch zusammengespielt mit Edi Glieder und Christian Meierle und der Trainer Georg Zellhofer. Gespielt mit Roberto Pinto und Yüksel Saria. Gespornig ist es nicht, gell? Manuel Hartl und Petr Worischek. Niklas Hoeneda, Michael Bauer, Kavlina, Jaja Basching, Ralf Spirk. Tom Nattermann, Bastian Schulz, Janik Schibani und Konstantin Kirschbommer. 1,87 groß, Abwehrspieler. Die Karriere hat er begonnen bei seinem Heimatklub außerhalb von Österreichs. Er hatte tolle Erfolge, unter anderem U16 EM Zweiter, U17 WM Teilnahme, Jugendstaatsmeister, Meister der Regionalliga Mitte und Meister in der ersten Division. Übrigens die letzten zwei Titel, beide mit dem SV Pashing. Karriere begonnen in Polen, dann ging es nach Pashing, kurzer Ausflug nach Bielefeld, wieder nach Pashing, dann nach Skoraxanti, zum Lask, Ergotelis in Griechenland, RB Leipzig, St. Pölten und am Ende beendet er seine Karriere in seinem Heimatland. Das ist so ein Spiel, als wenn du jetzt sagst, weil die sagen, was, der war bei Leipzig? Ich gebe dir noch einen Tipp. Vier Spiele für die U21 von Polen. Karriere begonnen bei seinem Heimatklub, ich spreche wahrscheinlich falsch aus, Saglebje Lubin. Nach zwei Profisaisonen hat er nach Wiesla, Krakau gewechselt und dann ging er zum SV Pashing. Thomas oder Tomasch Visio. Ich habe ja Visio gesagt vorher. Das habe ich nicht gehört. Ah, das ist die schlechte Verbindung. Ich habe tatsächlich Visio gesagt vorher. Ich werde es mir nachher anhören, ob es stimmt oder nicht. Ich glaube dir jetzt einmal. Gratuliere, ich habe das wirklich nicht gehört. Das ist sehr, sehr schwierig. Weil Leipzig war? Ja, ja. Das habe ich völlig verdrängt, aber lustig, ja. 2012 der erste Winterneuzugang damals gewesen. Ich habe mich noch weniger auskannt, wie du es dann nochmals in St. Pölten gesagt hast, habe ich mir gedacht, was, das muss ja der Visio eigentlich sein. Okay, Thomas Visio. Ja, tatsächlich. Kann ich mich erinnern. Ist damals mit Leipzig auch Meister geworden vor Holstein Kiel. Wahnsinn. In der, weiß ich nicht, vierten Liga oder so. Unglaublich. Unglaublich. Ja, spannend. Jo, was wollte ich noch sagen? Du weißt ja damals Trainer war, oder? Bei RB Leipzig. Hast du noch gerade gesagt Zorninger? Ach so, beim Meister. Stimmt. Ach so, ja, genau. Aber Backkult war ja auch Trainer schon dort, oder? Genau, und dann Backkult, ja. Genau, ja. Ja, spannend. Ich kam mir sogar an, da war ich sogar einmal im Trainingslager in Schlatten irgendwie, wie Zorninger, der Leipzig-Trainer war tatsächlich. Ich kann mich erinnern. Ja, spannend. Übrigens, was sonst so passiert ist die Woche, es ist viel über Stadien geredet worden, in Graz, aber da könnte man vielleicht anders mal darauf eingehen. Das ist dein Lieblingsthema, gell? Ja, ein bisschen so Linzer-Modell mit Shopping-Centern, die aber eigentlich, mit denen keiner geredet hat und das ist sehr interessant. Könnte man vielleicht einmal drüber reden. Und auch interessant, die LASK-Fans wollen auch keine Die LASK-Fans wollen auch keine ÖFB-Teamspiele, weil sie nicht wollen, die Landstraße, dass jemand auf ihren Tribünen ist. Ungefähr ähnlich argumentativ wie die im Rapid-Umfeld. Ach so, ja, na, es gibt ein großes Thema tatsächlich. Ich bin ja ein großer Befürworter der Zwei-Stadien-Lösung, wiewohl es ja so ist in Graz, dass die Stadt pleite ist. Und der SPÖ-Chef in Graz ist der wohl fußballer-affinste in dieser aktuellen Stadtregierung. Und der hat sich dem Thema angenommen, der hat seinen Runden-Titsch gegeben in Graz. Und der Output war, dass man sich für zwei Stadien einsetzen möchte. Ich finde, es war nicht sehr geschickt kommuniziert, weil die Stadt ja kein Geld hat. Und wer jetzt nicht fußballer-affin ist und selbst der fußballer-affin ist, denkt sich dann schnell, wie soll man uns das leisten? Es ist natürlich die Frage, ob die Stadt da dazu zahlt oder ob das für Anlass dazu zahlt. Sturm will ja das Stadion in Lidenau pachten. Und die Frage ist dann, wo im Norden von Graz, weil das ist der Wunsch. Und die Idee, der GRK unterkommen könnte, in Weinsertel geht das ja angeblich aufgrund von irgendwelchen naturschutzrechtlichen Geschichten nicht, wobei der grundsätzliche Graz auch immer gegolten hat, wo ein Wille dein Weg. Und dann war die Idee, Eckenberg, das alte Stadion, das zur Aske betreibt, neben dem Schloss Eckenberg oder ESK zu Hause ist. Das war eine Option. Die andere Option eben beim Shopping Nord, beim sogenannten, bei dem Einkaufszentrum im Norden, am Ausgang der Stadt in Richtung Autobahn, dass man dort auf das Dach raufbauen könnte. Da hat man scheinbar nicht mit dem Betreiber gesprochen. Das finde ich auch total interessant. Das ist ein bisschen so für mich eben dieser Linzer Blau-Weiß-Weg. Mir kommt ein bisschen vor, man hat jetzt gesehen, was in Linz jetzt alles möglich ist, weil Blau-Weiß das Stadion jetzt bald fertig hat und der Lask die Arena eröffnet hat, die Reifersen-Arena. Und deswegen möchte man auch etwas nachholen. Ich bin immer der Meinung, dass man Sturm, das Stadion Lieberner übergeben sollte und Sturm dann entsprechend Gelder dafür freimachen sollte und die dann an die GRK gehen sollten. Ich glaube nicht, dass die Stadt in der Lage ist, da viel zu finanzieren und dann werden alle glücklich. Bischofshofen hat gegen Austria Salzburg 0-0 gespielt. Man sieht schon, ich habe nicht sehr viel dazu zu sagen. Mir ist das vollkommen wurscht. Regionalliga Salzburg hat Bischofshofen gegen Austria Salzburg 0-0 gespielt, was ja das Spitzenspiel war im Westen Österreichs in diesem Wochenende, muss man fairerweise sagen. Und leider Torlos. Auch schade. Weil du Stadion-Thematik sagst, Austria Salzburg sucht ja auch. Ja, richtig. Ein Stadion. Richtig. Weil dort wird ja auch irgendwann die Baugründe oder der Grund von Stiegl, von der Brauerei, ist irgendwie auch nur geachtet, wo die Hintertortribüne und teils der Kunstrasenplatz drauf ist. ist auch ein großes Dilemma und die Fans fordern da auch intensiv das, was passiert. Ein bisschen ein Stadion-Thema gibt es ja auch in Wattens. Übrigens, falls man irgendwann einmal, ich glaube, du hörst das nicht, weil wir sind ja telefonisch verbunden, aber falls man da immer wieder einmal meinen Sohn oder meine Eltern hören sollte, ich weiß nicht, was sie reden, aber schön eigentlich tatsächlich, dass sie mit dabei sind. Also das ist auch gut, ja, aber vielleicht funktionieren die Aufnahmen ja tatsächlich, man weiß es nicht so genau. Aber jedenfalls Wattens würde ja auch gern zu Hause im Gernot-Langestadion spielen, wie es zuletzt im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Rapid der Fall war. Und das möchte ich nur deshalb noch einleitend erwähnen, weil wir nämlich ganz bald eine Bonusrunde veröffentlichen. Also wenn ihr das jetzt hört, es könnte sein, dass die Bonusrunde schon da draußen ist, aber eher wahrscheinlich, wie sie bald herauskommen. Weil ich war nicht nur für dieses Spiel von, für dieses Entscheidungsspiel zwischen WSG Tirol und Sturm Graz in Innsbruck, sondern tatsächlich auch für eine Bonusrunde. Und da gibt es als Vorschau ein Quiz. Oh, tatsächlich? Ja. Hashtag DBL-Levy Quiz Warum weiß WSG-Coach Thomas Silberberger laut eigener Aussage nicht, ob sein Sohn einen guten Job macht? A. Sein Sohn lebt in China, wo er bei Swarovski international arbeitet und nach einem Studium in Hongkong den chinesischen Markt betreut. Silberberger kann im Gegensatz zu seinem Sohn nicht Mandarinen. B. Sein Sohn arbeitet im Kommunikationsbereich bei der WSG Tirol und beschäftigt sich vor allem mit Social Media. Thomas Silberberger hat aber weder Facebook, geschweige denn Instagram. C. Er hat gar keinen Sohn. Achtung, Achtung, Farid, du musst nicht antworten, weil dieses Quiz, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich ganz bald die Bonusrunde mit Thomas Silberberger anerkennen. Es sind, glaube ich, ungefähr eine Stunde 20 geworden, wenn ich recht im Kopf habe. Ein wirklich sehr, sehr hörenswertes Interview, das mich am Ende des Tages vielleicht sogar ein bisschen zum WSG-Fan gemacht hat. Wer hätte das gedacht, nach den Jahren zuvor, vor allem am Anfang der Bundesliga-Zeit von der WSG, war ich ja ein großer, großer Skeptiker, habe ihm das auch im Interview gesagt. Das klingt ja alles sehr gut. Ich habe übrigens deine Frage ausgerichtet, ob die Zeit in Graz eh die schönste war, weil du GRK-Fan bist und so weiter, hat er gelacht. Und? Ja, mehr dann in der Folge. Ah, okay. War nicht ganz so einfach in Graz. Übrigens, weil du jetzt gerade gesagt hast, Stadion, Austria-Lustenau, die bauen ja auch ein Stadion und das wird auch demnächst eröffnet, also eröffnet, es wird in dieser Saison zumindest noch begonnen zu bauen und das ist ja das, was sie in Zukunft brauchen. Es wird 18 Millionen Euro kosten, eine Kapazität von 5.500 Plätzen haben. Schön ist auch, es hat 50 Parkplätze, Pkw, Bus und 1.500 Fahrradabstellplätze. Siehst, das ist Zukunft. Danke, die Vorarlberger haben es drauf. Zuerst nur die Alltager da mit den veganen Würsten und so, gefällt mir. Das gefällt mir. Das mag der Bubu, Himster-Wagner. Ja, ja, das gefällt ihm. Ja, also das kommt ihm auch. Dementsprechend, ja, man kann gespannt sein, wann das alles fertig sein wird. Übrigens, ein Shoutout noch. 20-24, aber wann 20-24 weiß ich nicht. Ja, super. Ein Shoutout noch, ich weiß nicht, wer diese Geschichte auf Kika.at gesehen hat von Horst Hötsch, von einem Kollegen von dem Bundesliga-Journal, wie ich die Bundesliga-Saison die bisherige ohne VAR ausgesehen hätte. Das ist wirklich sehr charmant, das kann man sich anschauen und da wurde ich dann in einer Fußball- WhatsApp-Gruppe, in der ich drin bin, erinnert an die wahre Tabelle, falls ich mich noch erinnern kann, wahre Tabelle.at, wo mir festgestellt wurde, wie die Tabelle eigentlich ausschauen würde, wenn die Schiedsrichter alles richtig gemacht hätten. Das auch noch einmal, gibt es im Webarchiv auch noch zu sehen, wenn man das nachgoogelt, sehr toll. Die wahre Tabelle, also nicht die wahre Tabelle ohne H, sondern die wahre Tabelle mit H. Genau. Ja, aber die kann man ja jedes Jahr machen, ob mit Video oder ohne Video. Aber wir können ja mal anmerken, dass das zumindest in der Nachvollziehbar, so wie es nachvollziehbar war in der Zusammenfassung, habe ich das Gefühl gehabt, dass bei dem Duell der Austrias zum Beispiel der VAR dieses Wochenende einen sehr guten Job gemacht hat. Aber man muss andererseits sagen, man darf ja nicht sagen sehr guten Jobs, sondern eigentlich sollten die ja immer einfach nicht auffallen, weil sie eben ihren Job gut machen. Du sagst das richtig, ja. Das wäre schön. Gut. Das heißt, am Ende dieser Woche wird es die Bonusrunde von und mit Thomas Silberberger geben. So ist es. Sehr schön. Und bis dahin... Wie lange dauert sie circa? Ich glaube, wie gesagt, eine Stunde 20 ungefähr. Ah, okay. Perfekt. Und bis dahin... Ja, das ging gut. Und bis dahin... Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt. Die beste Liga der Welt.